Darf man Schokolade essen und Saft trinken, wo Alkohol enthalten ist? Wir sind sowas nicht gewohnt und der Maßstab ist hier nicht ein russischer Betrugner, der fünf Flaschen Raki trinken kann oder Wodka ohne mit der Wimpern zu zucken, sondern eine normale Person, der ist der Durchschnitt. Was passiert mit mir und dir, wenn wir jetzt diese Schokolade mit rum essen? Dann laufen wir rum.